Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Battle 4 3 in Gold Play Modus heute seit ich habe jetzt seit zwei gute zwei Wochen nicht mehr gezockt also erwartet ein Großartiges da läuft er da läuft er den habe ich gesehen du wirst hier gar keine Scheiße zu machen Junge ja ja komm da den da sitzen sie um aber den haben wir weggeholt das heißt für mich Sniper Aktion Aktion ich sitze da nicht mehr jetzt sitzen sie natürlich nicht mehr da wie soll es auch anders sein fuck fuck bam Junge ja jetzt campe ich hier auch ich campe um die Camper zu beseitigen schade na komm wo ist er ah wo war er er schießt da durch ja rufflix die so den den wir jetzt mal campen tja Junge das kommt wenn man zu lange zielt ne da ist er nicht hol rein schade jawohl da ist er wieder weg nicht so mein Kollege ja WTF BAM JUNGE WAS LOS da ist er weg ich ich habe einen feindlichen Sniper Gesicht im Ober ey reload haben wir einen nice ja ich habe einen feindlichen Sniper Gesicht im Ober da oben sitzt da oben sitzt da du da wurde ja schon mal erzählt dass ich zu zu wenig rede im Part ne aber da muss ich mich ja konzentrieren wie man eben gesehen hat ohne Konzentration geht gar nichts auch wieder an die Posi da hinten also meistens wird sein nicht gescheckt aber wenn man es nicht versucht tschüss tschüss na den habe ich gleich mal eine mitgegeben da komm komm streck deinen Kopf raus der ist aber schlecht fuck den ersten semmelt der daneben Dreibein Dreibein und join achso wir dürfen nachladen oder was ach ne aber was habe ich den gerade zu verschlossen ich ach er macht sich das da bequem die die Runde ist gleich vorbei BAM und vorbei dein Team hat verloren 13 zu 5 aber ist hammerärgerlich 3 zu 5 ich glaube das ist jetzt meine beste Statistik 3930 Punkte 200 mal sehen wie viele Bonuspunkte es gibt weil es ist eben doppelte EP Wochenende soo Woche oder so ja tausend Punkte extra oh Ping 8 genau 23 ist ja alles passt Optik zocken hier ruhig da krieg ich auch noch ein paar Waffen also passt auch schon dass ich das spiele diese Klasse 5 4 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5